Wir sind gerade hier in der Ausbildungswerkstatt und wir bearbeiten hier gerade unser Projekt, was wir im ersten Lehrjahr haben, mit den Azubis aus dem ersten Lehrjahr und zwar unseren Rennwagen. Das ist in den letzten Zügen und die Azubis sind dabei, alles fertigzustellen. Das Konzept ist quasi einmal alles ganz anders, wie es vorher war. Vorher gab es feste Lehrgänge, in denen das Schweißen und das Zersparen, was das Drehen und Fräsen beinhaltet, gelernt wurde und wo dann auch bearbeitet wurde, die fertigen Teile herzustellen. Und jetzt ist es halt völlig anders. Wir haben jetzt keine festen Lehrgänge mehr, sondern nur noch eine Woche in der Zersparnung und eine Woche in der Schweißerei, wo wir Sicherheitsunterweisung bekommen und die Grundzüge kennenlernen. Die kompletten Teile, dafür müssen wir uns selber herstellen und selber einteilen, wo und wann wir diese herstellen. In der Zersparnung werden alle Teile hergestellt, die an der Fräse oder an der Drehbank hergestellt werden. Ein großer Unterschied zu der Zersparnung, ich sag mal, der Werkstatt ist, hier arbeiten wir mit handgeführten Werkzeugen. Hier kommt es auf eine gewisse Fertigkeit drauf an, mit dem Werkzeug richtig umzugehen. In der Zersparnung ist es so, dass man mit der Maschine richtig umgehen muss. Das heißt, ich muss, bevor ich mache, etwas überlegen, weil die Maschine macht es richtig, aber ich muss die Maschine richtig bedienen und über die richtigen Achsen verfahren. Und das ist halt etwas, wo man sehr konzentriert arbeiten muss, damit man dort auch dann keine Fehler macht, die nachher das Bauteil falsch entstehen lassen. Positiv ist für mich sehr, diesen Verlauf zu beobachten des Konzepts. Es gab gerade zu Anfang, wo wir zum Beispiel unseren U-Stahl gefeilt haben, auch Phasen, wo es gar keine Frage sehr zäh war, wo man nicht viel vom Entstehungspreis gesehen hat. Aber ab dem Zeitpunkt, wo gerade zum Beispiel in der Zersparnung Teile entstanden sind, die jetzt erstmal wirklich die Kontur des Rennwagens dargestellt haben, das konnte man bei allen beobachten, nahm die Motivation dann nochmal enorm zu. Also in der Schweißerei haben wir die Grundplatte für unser Formel-1-Auto erstellt. Und da haben wir verschiedene Verfahren kennengelernt, wie zum Beispiel das Brennschneiden, das Lichtbogen-Handschweißen und das MAG-Schweißen. Und dort haben wir das an der Grundplatte angewendet, wo unser Formel-1-Auto dann draufstehen wird. Am meisten Spaß gemacht hat mir das selbstständige Arbeiten, weil wir komplett freien Raum hatten, wo wir hinwollen und ich würde das jedem weiterempfehlen. Zur Digitalisierung haben wir dieses Jahr ein Tablet bekommen, wo wir mit arbeiten. Da schreiben wir zum Beispiel über ein neues System Block unsere Berichtshefte. Dort arbeiten wir mit unserem internen 365 Office-Programm, wo wir das Programm Teams und Outlock verfahren. Und haben eine Exit-Tabelle, wo wir uns eintragen wollen, ob wir in die Zerspanung, in die Schweißerei oder in die Werkstatt gehen wollen. Vorteil ist, dass es halt nicht mehr im Schriftverkehr passiert, sondern dass das alles digitalisiert wird und dass wir schnell abschicken können und eine schnelle Benachrichtigung bekommen. Ich finde das eine sehr gute Idee. Man weiß, man muss alle Teile fertigen und das ist eine große Herausforderung. Und dann zu sehen am Ende, wenn es fertig wird, die Motivation, die dann da ist, beziehungsweise auch die Begeisterung am Ende, wenn es geklappt hat, sich über ein Jahr alles selbst einzuteilen, würde ich sagen, ist eine höhere Begeisterung und ein höheres Motivationsniveau als die Jahre zuvor. Bei mir ist alles, würde ich sagen, sehr gut gelaufen. Ich habe am Anfang, wie gesagt, Angst gehabt, dass ich nicht fertig werde, deswegen habe ich sehr schnell gearbeitet und war dann halt auch frühzeitig jetzt mit allem fertig. Also ich bin zufrieden und hat alles geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe.